Verehrte Zuschauer, vielleicht fragen Sie sich ja beim Lesen des Sendungstitels, inwiefern ähnelt die Ukraine-Krise der Kuba-Krise? Nun ja, Putin steht heute vor einer großen Herausforderung, genau wie damals Kennedy. Nur diesmal scheinen die Rollen vertauscht zu sein. Während der russische Präsident alles versucht, um zu deeskalieren, das meint politisch zu besänftigen und militärisch abzurüsten, eskaliert die USA lautstark. Die EU und die NATO sowie die gesamte westliche Presse scheinen unter dem Oberkommando der USA zu stehen. Denn niemand versteht, warum der Westen sich mit törichten Sanktionen selbst schadet und sich in selbstzerstörerische USA-Kriegsabsichten einbinden lässt. Niemand versteht, wie eine menschenverachtende Kiewer Regierung, welche ihre eigene Bevölkerung bombardiert, vom Westen unterstützt wird. Niemand versteht, warum die westliche Presse eindeutige Menschen- und Völkerrechtsverletzungen der Kiewer Regierung verschweigt bzw. vertuscht. Zum Beispiel wie das Massaker in Odessa und der Genozid der russisch sprechenden Bevölkerung im Donbass durch die ukrainische Armee und weitere faschistischen Freiwilligenbataillone. Niemand versteht, warum im Falle der abgeschossenen malaysischen Passagiermaschine eindeutige Indizien und Beweise verschwiegen und vertuscht werden, welche den Abschuss der Maschine durch eine Militärjet der Kiewer Regierung beweisen. Tatsache ist, dass der Westen auf der falschen Seite steht. Die russische Presse RTTV ist bisher die einzige, die versucht, die nachprüfbaren Tatsachen zu veröffentlichen, um einen Krieg zu verhindern. Zudem ist es Putin, der alle Beziehungen zum Westen aufenthält, insbesondere auch den Dialog, während der Westen immer mehr Kanäle verschließt. Wie kann man bloß unter lauten kriegswilligen Wölfen den Frieden bewahren? Wenn diese Fragen auch Sie zum Nachdenken gebracht haben, dann können Sie unter www.antikrieg.tv mehr darüber erfahren. Bleiben Sie mit uns dran und beobachten Sie die weiteren Entwicklungen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.